Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vor Ort. Heute gibt es die Halle, das ist vorerst die letzten Daily Duo Cups. Ansonsten sind ja tatsächlich auch nur noch die Solo und Duo Cash Cups angekündigt und dann natürlich die Solo FLCS, die ja auch ab diesem Wochenende starten wird. Das Ganze werden wir natürlich auch alles auf Twitch livestreamen, das heißt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst dort natürlich gerne ein Follow da, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo dalassen, würde mich ebenfalls freuen. Dort sind wir auch gar nicht mehr so weit von den 1000 Abonnenten entfernt, 125 fehlen noch, geht gerade wirklich in den großen Schritten darauf hinzu. Ich denke mal, in diesem Monat sollte es auf jeden Fall möglich sein. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich natürlich ebenso freuen. Und Epic Games hatte tatsächlich gestern auf Twitter auch gepostet, dass der World Cup für dieses Jahr ausfallen wird. Das Ganze mal einfach wegen Corona, weil ja so schon auch hier in Deutschland alle Großveranstaltungen abgesagt wurden. Deshalb war es eigentlich relativ obvious, dass auch der World Cup ausfallen wird. Und ich hoffe, euch gefallen natürlich die Highlights und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Hab ich einen Sheet-Track? Dead! Hab beide! Wieder richtig gut. Ich hab sie beide rasiert. Äh, links neben links. 35er. 106. Nacht. Let's go, der andere ist low. Komm, rauf, pushen. Der hat nämlich einen Rocket Launcher-Hit. Ich schieße die auf High runter. Ich hab 115 auf 3. Nice, nice. Wie viele Rocket ammo hast du? Äh, sieben. Ich auch. Okay, nice. Low-Ped, low-Ped. Low? Sheet-Track? Okay, komm. Also ich hätte noch ein Pad, ne? Ja, dann lass padden. Da ist aber noch einer, ne? Bisschen unter den? Ich schieße ihn runter. Netz hoch. Bin noch ein High. Er hat Grappler. Er hat Grappler. Pass auf. Das ist alles unsers, oder? Das ist alles unsers, ja. Das Double Rock launchen. Ah, schade. Ah, ich hab auf jeden Fall. 130er. Stark. Ich hab ihn getroffen. Out of zone. She cracked. 22er down. Stark. Let's go. In der Luft. Hab einen. Hat einen Hit. In der Luft. She cracked. Dead. Alter, so krass sein. Nice, Alter. Let's go. Was ist mit uns auf einmal? Ja, neuer Bildschirm. Ich sag's ja. Cool, super. Ich hab noch 600 Mats. Ich hab auch noch ungefähr so viele. She cracked. Dead. Nice, Alter. Jetzt hast du ihn wiederbekommen. Oh mein Gott. Hab ihn. 235er. Nice. Er ist dead, ist dead. Ich geh ein bisschen runter. Nein. Oh mein Gott. Sorry, sorry, sorry. Sorry, gönn dir Minis. Oh, von hinten in der Zone war noch einer. Ah, schade. Ja. Ja, keine Ahnung. Ah, schade. Oh, Digga, er lasert mich komplett. Übel lasert. Absolut One-Shot. Nice. Dead. Alter, get's shit on. Alter, let's go. Vorsicht von hinten. Snipes. Da hinten ist richtig fettes Bildwettel. Hab mein Dead. Was ist das? Digga, das bin ich. Die neue Sniper gefällt mir viel mehr als die alte. Mit der treffe ich viel mehr. Warte, da hinten. Wenn ich den treffe. Tena. Ho, ho, ho. Digga, down. Hat ein 21er Finish-Hit bekommen. Ist das? Oh mein Gott. Als ob, alter. Ich würde auf nächste Zone warten. 30 Sekunden noch. Da ist noch die Kiste drin. Einer fliegt. Nee, nee, da war ich, glaube ich schon. Dingt. Body Shop Crack. Ja, alles gut, alles gut. 90 HP. Komm, hast du genug Heal? Ja. Komm runter, komm runter, komm runter. Oh, no way, alter. Geh nach hinten weg. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich wäre von beiden Seiten. Habt ihr Nein? Er kann nicht, er kann nicht Healen. Warte. Ja, okay. Stark. Scheiß auf mich, scheiß auf mich, scheiß auf mich. Okay, ich bin für Loot gegangen. Zwei Slurpfische. Und ich hab die da gut metzt. Komm, die liegen noch metzt. Okay. Komm her, ich hab Slurpfische. Ich hab, ich hab sechs Biggies. Ja, okay, dann gönnen wir. Eins für ein Dreiske nur. Er ist dead, aber nicht von mir. Wir sind high. Ja, wir müssen runter. Ich bin wieder auf high. Nice. 1,32er. Wie viele Metz hast du? Äh, 500 ungefähr. Okay, ich auch ungefähr. Nice, Zone. Zone geht nach hinten. Ja. Ja. Hit. Äh. Warte. Ah, Digga. One, ass, one, ass. Ist unter uns. Low. Hab eins. 170er dead. Hab noch eins. Let's go. Komm, lass ein bisschen runter. Nicht mich runterschießen. Ja. Ich hab nicht mehr allzu viele Metz. Ja, ich hab ein Schwer. Die kalte, die kalte. Hab noch 190 Metz. Out of zone. Oh, weiter nach dem End. Scheiße. Hinter uns ist noch irgendwo einer. Die grappler. Grappler, dude. Es hat was gedroppt. Hä? Ja, ja. Ah, schade. Kein Netz. Ist kein Duo. Komm runter. Nicht ganz, aber... Jetzt runter, jetzt runter. 99er. Ich bin in ihm drin gespawnt. Äh, gejobbt. Oh, fuck. Genau das zone gebrockt. Cracked, cracked. Ich hab übel viele Metz. Hab ihn. Crack, Junge. Alter, ich hab sieben Dinge. Tschüss, Alter. Wir haben genauso viele Punkte wie Mongral und Benji Fischi, Alter. Warte, komm, lass ihn versuchen zu hiten. 20, oder 20. Genau, 22, gerne nochmal. Mutti White. Okay. Ich wird angeschossen. Ja, schade. Versuch irgendwie Placement. Geh am besten. Jetzt runter. Geh runter. Ah, schade. Ah, schade. Ah, ich seh sie. 60er Ding. Verbringst du lasern. Oh, Gott. G-Track. Absolut One-Shot. Absolut One-Shot. Wo ist er? Hab ihn. Ein 27er. Hab ihn. Passt du? Let's go. Ja. Ist das unser? Ja, also. ein 2er. Shieldcrack. Ok, komm. Zweiter. Oh, damn boy. Ja, noch ein shield hit. Hab einen. Ab 1 Sehr gut Komm weiter, weiter Ah, er baut nicht Nein Nein, Digga Ab 1 Ich hab gerade am Finishing geholfen Warte, ich werf dir den Mini drüber Links Da drüben Der eine Shield Crack Oben auf dem anderen Gebäude drauf Hier sind noch mehr Hab 1 Nice No way Da 3 28er Versuch den 1 zu finishen Hab 1 Stark Junge Jetzt nur noch ein Du Da ist der andere Die Bahn ab Sie machen ab Geh runter Geh runter Oh, der andere kam von oben noch Na, schade Oh mein Gott Lulia, das war da auf One it, one it, one it Komm nicht hin, ich komm nicht hin Oh mein Gott 75 HP oder so Alter jetzt Nice, Alter Micky bekommt er nicht so leicht durch Das war es so leicht durch Das war es so leicht durch Und ich hab mir auch Und ich hab mir auch Ich hab mir das